2014 die erste Romy, jetzt die zweite. Das österreichische Publikum liebt Sie? Das ist Wahnsinn. Ich liebe das österreichische Publikum. Ich liebe die Österreicher an sich. Ich bin ja auch einer, auch wenn man sich hört. Ja, ich bin ein paar gerührt gerade. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Wissen Sie schon, wo sie hinkommen wird? Neben die andere Romy. Ich bin ja schon stolzer Besitzer einer Romy. Und die bekommt genauso einen schönen Ehrenplatz. Genau daneben. Jetzt habe ich zwei. Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Vor kurzem wurde ja ein Foto von Ihnen von Instagram total viel kritisiert, wegen den kurzen Haaren. Vielleicht möchten Sie kurz erklären, warum jetzt kurze Haare anscheinend scheint es die weiblichen Fans sehr zu interessieren. Ach, ich finde das ist, ich habe einfach die Haare geschnitten. So wie ich Fingernägel schneide und ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Ich wusste nicht, dass es so viele Leute interessiert, wie lang man Haare sind. Aber es sollten alle beruhigt sein, sie wachsen wieder. Laut Google suchen monatlich 10.500 Frauen, ob sie Single sind. Darf ich das jetzt lüften? Single, ja oder nein? Ach, wissen Sie, im Privatleben ist das so eine Sache. Da spricht man in der Öffentlichkeit nicht drüber. Zumindest ich nicht. Ich kann nur sagen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.